Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und wir sind hier immer auch in der ESL und... Ich würde sagen, dass wir mal fahren... Verbrauchen Sie noch etwas? Jo. Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Dass wir immer noch die ESL hier gewinnen. Auf Zeit. Versuchen wir eine der Missionen auf Zeit. Und welches Level? Ich habe das Lagerhaus oder Tropen. Was muss ich da machen? Was muss ich im Modus auf Zeit erreichen? Sie und Ihr Trupp müssen alle Gegner so schnell wie möglich besiegen. Je schneller Sie die Gegner ausschalten, desto mehr Punkte erhalten Sie. Und welches Level? Ich habe das Lagerhaus oder Tropen. Ach komm, nehmen wir Tropen. Mal sehen, wie ich mich im Tropenlevel schlage. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Okay, äh... Nehmen wir... Nehmen wir... Geh, was? Oh nein, wir nehmen Irrthna Wex. So. So. Eliminieren Sie diese Feinde, Shepard! Ja. Was meinst du, was ich versuche? Wieso laufe ich so geduckt? Hallo. So, oh Gott. Äh, äh, äh. Na. Oh Gott, 20 Gegner noch. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. Ja, ja, das ist mein Ziel. Ach, Quatsch. Mach los. Das werden Sie morgen spüren. Und dann weiter. Ui, ui, ui. Oh Gott, ich bin erwühlend. Hier geht's super. Ui, ui. Autsch, passen Sie auf. Hier geht's nicht mehr super. Verdammt, Shepard, das Medigen ist nicht gratis. Yeah. Wow, guter Schuss. Danke. Oh Gott. Ich muss hoffen, dass diese Wand hier ausreicht. Wollt er denn? Ich kann auch nicht beurteilen, ist das hier denn gut oder scheißwert gewesen? Ich würde eher sagen, ein scheißwert. 1,50. Ja. Damit bin ich... ...nicht gut. Nee, 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 nee. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Ich versuche nochmal auf Zeit dasselbe. Verroberen, überleben oder Jagd. Versuchen wir eine der Missionen auf Zeit. Und welches Level? Ich habe das Lagerhaus oder Tropen. Mal sehen, wie ich mich im Tropenlevel schlage. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. So, dasselbe versuchen wir nochmal. Wir machen es mal so. Es geht ja echt nur auf Kampf. Warten Sie nicht darauf, dass Sie zu Ihnen kommen. Ja, ich weiß. So, hier fängt es schon mal gut an. Direkt hier. Los, 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 los. Munition ist nicht das Problem. Das Problem ist die Zeit. Verdammt, Shepard. Das Medigen ist nicht gratis. Ja, sorry. War doch nicht erfolgreich. Ja, unfassbar. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Versuchen wir eine der Missionen auf Zeit. Und welches Level? Ich habe das Lagerhaus oder Tropen. Mal sehen, wie ich mich im Tropenlevel schlage. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jeden... So, äh... Äh... Sowieso. Nochmal. Eliminieren Sie diese Feinde, Shepard. Ja. Das ist absolut mein Ziel. So. Okay. Hey! Okay, da kümmern Sie sich schon drum. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. Okay, weiter. Autsch. Passen Sie auf. Auch schon. Sorry. Nur Schmerzen. Nein, 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 nein. Okay, 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 äh... Wir versuchen es mit, äh... Sabotage. Oh, nein, mit Sabotage. Ich bin trotzdem wieder. Ich gehe zu schnell vor. Guck mal, ich habe 1,50. 1,20 müssen wir schaffen. Und das war unser erster Versuch. Eine halbe Minute runter, das kriegen wir hin, wenn wir vorsichtig sind. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Versuchen wir eine der Missionen auf Zeit. Und welches Level? Ich habe das Lagerhaus oder Tropen? Mal sehen, wie ich mich im Tropenlevel schlage. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. So, nochmal. Und nochmal. Eliminieren Sie diese Feinde, Shepard. So, Pistole ist drin. Das Erste ist ja immer kein Problem, ne? Warum kann ich nicht so zielen? Warum habe ich die... Ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Dann wird das auch nichts. Das Erste ist ja immer noch kein Problem. So. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Ich weiß. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Okay, perfekt. Den haben wir. Pass es hier auf. No, noch wird es mir gut. Meine Schilder müssen sich nur wieder aufladen. Wenn wir das haben, hier Fernkampf, das dürfte kein Problem sein. So. Ne. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Aber, au, au, au. Nein, 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 nein. Okay. Das werden Sie morgen spüren. Shit, ich bin unter der Zeit. Oder? Ich glaube ja. Nein, verdammt. Jetzt haben wir es doch nicht geschafft. Shit, 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 shit. Es ist seit... Was ist denn los? Was? Gute Arbeit, Shepard. Bringt doch nichts, wenn ich unter der Zeit bin. Ich habe nicht mal meinen eigenen Rekord, glaube ich, geschafft. Oder? 1.8. Wie meine Rekord lag, glaube ich, 1.50. Ah. Shit. Ah. Okay, okay, dann versuchen wir es anders. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Okay, dann machen wir mal Jagd. Tragen Sie mich für eine Jagdmission an. Okay. Ich kann entweder das Level unterirdisch oder Vulkangebiet laden. Erstmal, was muss ich machen? Was muss ich im Modus Jagd machen? Schalten Sie so viele Gegner wie möglich aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sie bekommen zusätzliche Zeit für jeden ausgeschalteten Gegner. Je mehr Gegner Sie töten, desto mehr Punkte werden vergeben. Okay. Ich kann entweder das Level unterirdisch oder Vulkangebiet laden. Vulkangebiet hört sich interessant an. Geben Sie mir das Vulkangebiet. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Na, auf jeden Fall. Gehen die Frames gerade ganz gut. So, hier. Wir nehmen Earth Knock und, äh, Gau. Stehen Sie da nicht so rum. Töten Sie etwas. Ja, das ist doch mein Ziel. Ey. So. Hallo. War hier hinter der Deckung nicht einer? Au, 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 au. Aber solche Modi finde ich immer ganz lustig. Solche, wo man halt... Na, mir hat er nicht gerechnet. Au, 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 au. So, perfekt. Das ist so überleben, aber noch besser immer. Gute Arbeit, Shepard. Aua, au, au. Das wird wehtun. Ei, 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 ei. Und das ist sowas, da kann man sich echt gut steigern. Im Gegensatz zu der Zeit. Bei Zeit kannst du halt einfach irgendwann nichts mehr machen. Aber hier ist natürlich auch das Problem, wenn du da an solche, ähm, natürlichen Limits kommst, dass da irgendwie keine Gegner mehr spawnen. Das ist natürlich auch immer blöd. So. Oh, 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 oh. Da oben ist einer, den... Oh, der hab ich gekriegt. Damit ich nicht gerechnet hab, hab ich schon gesagt. Nein. Okay, dann machen wir hier wieder. Und der Nächste. Mir geht's super. Danke. So, der Nächste, der Nächste, ich bin Zeit. Kommt wieder unter ne Minute und das will ich nicht. Perfekt. Da sind sie. Ja, sorry, aber dafür kann ich nix. Die treffen mich nicht. So, Perfekt. Kommt mir schon mal bevor, wie ein guter Wert, auf jeden Fall. Wo sind die Gegner? Das ist ganz schlecht, wenn man hier keinen Gegner fliegt. Äh, 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 da oben, ja, kacke. Komm ich nicht ran. Kann ich nix machen. Oh Gott, wo ist ich hinrennen? Brauch ich, äh, die Zeit ist richtig. So geht das. Ja, danke. So. Haben wir da irgendwen da, hier. Perfekt. Und da sind wieder welche. Da unten. Perfekt. So, hier. Wir, wir laufen einmal so komplett um das. Und, 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 und. Da hinten. 38. Oh Gott. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich kann mir sehr gut vor eigentlich. nicht. Oh, wie denn das hat 5 mehr? Nein, das kann's doch nicht jetzt sein. Eieieiei, äieiei, äh, nee, das, das können wir hinkriegen. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Das, das können wir nochmal machen. So, hier, einfach nur kampfstark. Äh, das schien denn jetzt nicht so rum, tönt es hier etwas. So, 43, 43, 43. Das war unser erster Versuch, also 5 zu wenig, äh, Halle die Waldweh, nicht schlecht. Okay, jetzt ist hier jetzt schon wieder kein. So geht das. Ja, perfekt. Und ich glaube vielleicht das nächste Mal nicht wieder da hoch. Das war irgendwie, hat's nicht so gemacht. Das war eher das, äh, Weiße vom Ei nur. Woher sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht, die Gegner. Oh Gott. So wird das nix. So, perfekt. Gegner, Gegner, Gegner. Und noch mehr Gegner. Direkt zwei, drei. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, kommen da noch mehr. Perfekt. Und noch ein Spot. Und noch mehr Eiche. Sehr schöne Arbeit, sehr schöne Arbeit. Wir sind bei 18, wir haben fast die Hälfte. Nein, nein, nein. Aber diese Treppe ist hier nicht. Wow, guter Schuss. Und die dahinter uns. Und da, und da, und da. Wow, guter Schuss. Wir haben die Hälfte, wir haben die Hälfte. Und da hinten. Und wieder hinter uns. Oh, oh. Das war der Titan. Perfekt, guter, guter, guter. Und da wieder ein Fahren. Und, äh. Da hinten. Wow, guter Schuss. Keine Leerphasen, keine Leerphasen, bitte. So, äh, 29. Äh. 29, ich brauche noch mehr Gegner. Ich brauche mehr Gegner. So, da, und, äh. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. 35. Ich bin immer noch weit zu wenig. Okay, okay. Wow, guter Schuss. So, von da kommen gleich ganz viele. Das ist nice. Das gefällt mir eigentlich sehr, wenn ich sie sehen würde. Gute Arbeit, Shepard. Perfekt, perfekt. Eieiei, eiei, eiei. Und noch eine, noch eine, noch eine. Oh Gott. Okay, wo sind sie, wo sind sie? Ich bin auf der I-Star. Ich habe es geschafft. Ich bin auf der 1. GG, Leute. GG, 45. Das müsste der 1 sein. Ja. Nice, 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 nice. Puh. Nicht schlecht, aber wir fangen gerade erst an. Ja. So. Da ich den Mut das eigentlich echt ganz gut fand, äh. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Ich muss in allen die Top sein. Tragen Sie mich für eine Jagdmission ein. Fällt mir gar nicht so ein. Ich kann entweder das Level unterirdisch oder Vulkangebiet laden. Weil ich habe vier, äh, Missionstypen und ich soll ja ein 8 auf Best sein. Ich habe überall zwei Karten. Unterirdisch klingt gut. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Das, äh, wird nett. So. Perfekt. So. Machen wir. So. Und nice. Und los. Sie müssen töten, damit die Jagdmission weiterläuft. Yo. Das ist mein Ziel, Leute. Das ist mein Ziel. Das fängt schon mal gut an. Direkt ein Kill. So. Weiter, weiter, weiter. Ich sehe hier niemanden. Das hat bestimmt wehgetan. Schöne Kampfarena, muss man sagen, finde ich. So. Zwei hintereinander. So. Nice. Nice, 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 nice. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. So. Perfekt. Und weiter. Und drei. Drei, drei. Three in a row. Gute Arbeit, Shepard. Und der nächste. Und der nächste. Und da hinten sind wir da. Welche. Shit, die Waffe ist überladen. Also überhitzt. Das, äh. Okay, und weiter. Hier, 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 hier. Ich sehe, ich sehe das. Und wie komme ich da hoch? Okay, okay, okay. Kill, 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 kill. Die, die, die. Verdammt, Shepard. Das Medikin ist dicht, Kates. Ich hätte die, glaube ich, auch schneller. Wow. Äh. Nee, nee, nee. Okay. Nein, lähmt. Aua, 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 aua. Ich will nicht sterben. Ja, ich befürchte es auch. Okay. Okay. Weiter, weiter, weiter machen. Sprinten. Das sind lange Wege. Äh, wo ist denn der letzte? Oh, wieder da hinten. So, 30 Sekunden noch. Da, da hinten sind ein paar. Wow. Guter Schuss. Okay, da kommen wieder ein paar. Da hinten ist wieder einer. Diese treffe ich den nicht. Falsche Waffe. Und. Ich hab was. Ich bin überhetzt. Da ist ja richtig nice. Oh Gott. Äh. Naja, ich, ist ja ins Starse. Stimmt. 36. Keine Ahnung, ob das ein guter Wert ist. Wenn das wieder 43 ist, dann könnten wir den aber beim nächsten Mal ausschaffen. Ich bin der Star. GG, Leute. GG. GG. Arbeiten Sie weiter, Soko-Mander. Und ich werde sagen, so machen wir auch die nächsten Folgen weiter. Bis dahin. Und tschüss.